Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir basteln ja in unserer Anlage hier wie blöde und stecken sehr sehr viel Zeit hier auch rein. Und ich hoffe heute ist der Tag, heute ist der Tag, wo diese Anlage nutzbar wird. Ähm, ihr habt mir gesagt, oder mir wurde von euch gesagt, ähm, wo ist er denn? Diese Anzeige stimmt schon, es ist halt, wenn er auf Full Power läuft einfach sozusagen. Es läuft auch mal 0, noch einmal und es verdoppelt sich dann einfach. Und dadurch kommt diese Zahl, die hier unten ist, auf und ist sozusagen ein bisschen anders. Bedeutet aber, wir können mit einer Anlage 6 Dinger oder 6 Turbieren-Kombos laufen lassen fast, glaube ich. Und könnten aber mit der Produktion wiederum einen weiteren laufen lassen. Bedeutet 12 von diesen Dingern. Aber eine alleine verdoppelt ja schon unsere Produktion. Deswegen ist es für mich ehrlich gesagt relativ wurscht, ob ich erstmal nur einen benutze oder nicht. Ich werde wahrscheinlich die ganzen Dämpfe hier außenrum weiterleiten, um dann hier eine Turbinenanlage hinzusetzen. Aktuelle Überlegung. Deswegen setzen wir auch hier gleich eine Förderstrecke ein. Bis hier vor. Und hier gehen wir jetzt irgendwie so. Einfach dann haben wir noch ein bisschen Spielraum. Das ist gleich so oder so nicht schlecht. Ein bisschen Spielraum zum Beispiel. Es muss ja auch noch ein Hafen her und alles. Wir brauchen jetzt immer hier bis hin. Weil hier müsste irgendwo der Hafen noch hin. Und für den müssen wir natürlich wieder verkippen, weil der muss auf 3 bis 5 oder sowas stehen, ne? Das war ja letztes Mal noch das Problem. Wir brauchen ja noch einen kleinen Hafen. Ach, da brauchen wir keinen anderen Import. 2 bis 5. Also setzen wir es mal auf 3 an. Verkippen. Ich wäre schlau auf 2 zu setzen direkt, ne? Noch hier eine breite Seite. So. Ah, ich habe jetzt schon wieder bemerkt, dass wir keine Kohle haben. Ja, da sind wir noch genau im Kohlebereich drin. Weil das Ziel ist ja sozusagen herauszufinden, wo ist Kohle, wo können wir meinen und das Ganze. Und so sollten wir jetzt hoffentlich, hoffentlich... Ah, scheinen, jetzt verkippen sie hier super. Wir werden jetzt das Ganze mal in Auftrag geben. Ich hoffe nicht, dass das jetzt einfach so passt. Die Kleinigkeiten werden danach noch geregelt. Ich denke, wir sind hier schon gut dran. Wir sind aber auch knapp dran, dass unsere Kohle hier ausgeht. Aber da kommen wir jetzt schon mal wieder nach mit Kohle. Schau dir mal an, was wir hier für eine Kohle vor Ort haben. Oder habe ich natürlich sehr knapp wieder an die Bereiche drangesetzt, die es gibt. Na, schauen wir mal, wie viel Kohle hier grundsätzlich drin ist. Weil viel Kohle kommt gerade noch nicht raus. Mehr alles andere wie Kohle. Aber ich denke mal, das wird sich auch dann noch ergeben. Ich muss mich auch entschuldigen, wenn ich heute ein bisschen ruhiger bin. Oder allgemein... Ich bin da heute so fertig. Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach, weil es die letzten Tage eher schlecht war. Heute wieder schöner. Wow, kipp mir nicht ins Wasser, bitte. Und ich bin heute einfach irgendwie so fertig und so müde. Ich wollte heute alle Aufnahmen nochmal machen für die Woche. Ähm, jetzt werde ich jetzt alles verschieben anfangen. Weil ich einfach so fertig bin. Ich habe auch die ganze Woche jetzt zum Beispiel keinen einzigen Tag programmiert an meinem Spiel. Ich habe zwar ein bisschen was in die Gedanken reingepackt, aber ansonsten nicht wirklich was geschafft. Aber ja. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die Kohle hier funktional ist. Hier gleich haben wir uns nicht gerade so schon ins erste Stück. Ja, hier ist der Kohlebereich vorbei. Ich will trotzdem das hier ausgraben und dann darüber gehen. Ich hoffe bloß, dass uns jetzt sozusagen von der Kohle her noch reicht. Sonst schicke ich noch eins, zwei Aufgaben nach hier oben. Das werden wir uns hier noch ein bisschen reingraben. Vielleicht entscheiden sich eins, zwei Bagger um, dann da oben zu graben. Ja, er zum Beispiel perfekt. Und gräbt mit dem dann da oben und holt uns ein bisschen mehr Kohle. Damit in unsere Energieressourcen sich hier aufhören. Aber die füllen sich zum Glück auf. Ja, aus, aus. Darauf muss ich noch achten. Dass die Zwischenlager nicht verwendet werden. Das wird jetzt eine relativ kostspielige Anlage. Das Ganze hier zu richten. Ich glaube, wir müssen aber auch... Wo ist denn das nächste Uranwerkwerk? Hatten wir einen ziemlich um die Ecke? Oder nur das da? Reparaturenbeginn. Oh, das hat eine teure Anlage, du. Oh, aber sie sind fast am Ende von dem Ding hier. Holy shit. Wer hätte geglaubt, dass diese Anlage so heftig wird? Wie läuft es eigentlich hier vorne? Mir scheint es, als ob das Verkippen fast fertig ist. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ach, das schaut ja die Fläche an, die wir allein jetzt schon wieder gewonnen haben. Für, keine Ahnung, Produktion oder irgendwas. Das ist schon heftig. Es befindet sich da so etwas. Kupfer haben wir hier ein bisschen aufgeschlossen. Das könnte zum Beispiel auch der Kupferanschluss sein. Also mein Plan wird es, das jetzt dicht zu machen. Hier hinten noch. Und dann Stück für Stück sozusagen hier vorne die Nase zu verschließen. Hier haben wir die Pupille designt. Oder so. Na ja, da tun sie sich schon die ersten Gesteine abliefern. Hier geht es auch Stück für Stück jetzt voran. Schauen wir mal, wie viel sich das bringt. Wenn wir das Ganze wirklich einspeichern können, hätten wir natürlich einen riesigen Vorteil, ne? Vielleicht können wir nämlich. Wo wird denn der Dampf produziert? Hier, aber der wird hier direkt angeschlossen, ne? Ah, ist natürlich blöd wieder. Ich muss nicht gucken. Planen wir aber trotzdem, dass sozusagen die auch die Dämpfe wieder zurückschicken und hier mit einfließen lassen in das Ganze. Oh, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile zu wenig Bewohner. Oder die Stadt muss auch wieder wachsen. Stück für Stück die Stadt wachsen lassen. Schauen wir mal. Stück für Stück wird diese Anlage jetzt auch produzieren. Ich würde hier gerne robotisch machen. Das könnten wir rein theoretisch ausprobieren. Und wie es scheint, hält unsere normale Mikrochip-Produktion gut durch. Und das, was ich sehr erstaunlich eigentlich finde. Was ich sehr erstaunlich finde. Essen für elf Monate. Hast du dir mal die Tanks angesehen an Nahrung, die wir haben? Kann ich ein großes Lager noch bauen? Ne, kann ich nicht. Ich hätte hier drüben noch mal ein Holzlager, äh, Brotlager hingestellt, um einfach zu beweisen, dass wir viel Möglichkeit haben. Er lässt das hier entleeren. Auch nicht schlecht. Okay. Hast du ja, die stehen hier alle schon. Selbst die Anlage kommt nicht mehr hinterher. Das ist Wahnsinn. Ja, weil wir jetzt natürlich komplett ausgelastet sind. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Oh, wait, what? Selbst Holz haben wir absolut kein Problem aktuell. Wir haben hier noch ein komplettes Lager für eine Notfälle rein, theoretisch. Und die vorne ist minimal was frei. Das ist so bescheuert irgendwie. Da war sogar Elektronik 2 drin, 300 fast. So, schau mal, wir pausieren, aber direkt mal die Anlage. Dann haben wir für den ersten Überschuss. Der Reaktor steht schon. Das ist natürlich schön. Wie schaut das hier mit der Verkipp? Ja, sie müssen noch ein bisschen verkippen. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wenn das soweit ist... Ja, das scheint jetzt schon gut zu sein. Wird noch ein bisschen dauern. Aber dann sollte der... ...neue Transporthafen auch ready sein. Zum Beispiel jetzt. Dann kann man hier einfach... Oh, wie schön ist dieser Frachthafen riesig. So. Dich platzieren wir jetzt hier hin. Das ist der Frachthafen. Das ist die Frage. Ist das Shit gut? Ein Stück gut und das ist ein Shit gut. Oh, hier muss ich noch ausbauen schauen. Sachen, auf die zu achten sind. Verkippen. Vergibt mal gleich einfach so. Der gute alte Hafen. Hey, Kohleverräte sind jetzt natürlich nicht so der Wahnsinn. Aber es sollte sich hoffentlich erübrigen. Wenn das langsam Stück für Stück auffüllt, da muss ich dann halt mal schauen. Honi Macaroni. Ja, wie sieht die jetzt auch am Schwitzen sind. Was passiert, wenn ich die hochdrehe? Okay, auf wie viel sind die ausgelegt? Die produzieren 6,66... Ich glaube, das Problem liegt mittlerweile wo ganz anders. Und zwar, dass einfach das Ding hier dauernd voll ist. Kann das sein? Die produzieren jetzt jede Seite, sagen wir mal, 7,14... 21, 42. Der kommt nicht ansatzweise hinterher auf das, was er bräuchte. Was er benutzen müsste. Ich kann natürlich dem jetzt hier einfach mal sagen, mal ein bisschen flotter. Dann braucht er jetzt 72 und sollte den Zwischentank hier leeren. Und die sollten vielleicht ein bisschen schneller arbeiten können. Also, wenn man sagen würde, rein theoretisch lüftet er in einem guten Pace meistens. Meistens, weil aktuell läuft es sehr, sehr langsam. Es ist halt viel Gärzeit einfach. Ruhe, Ruhe, Ruhezeit. Zack. Und der produziert ja auch noch Wasser. Das ist ja noch viel bescheuerter. So, du brauchst hier deine Minenarbeiten, nachdem jetzt endlich deine Mine mal durch ist. Jetzt weiß ich mal, dass jetzt nicht folgt. So. So. Wir sollen die erstmal alle da vorne fahren. Das Ausgraben noch. Das Lager sollte ja noch einigermaßen voll sein. Wie viel Schwefel uns hier jetzt schon angesammelt haben. Holy moly. Der hier produziert auch Säure. Wie blöd. Was natürlich sehr, sehr schön ist. Ihr seid voll mit Sand. Wahrscheinlich, weil ihr keinen Verkippauftrag mehr habt, ne? Dann mal hier wieder ein bisschen verkippen. Macht die Zähne dicht und dann sind wir ganz gut dabei. Wie schaut's mittlerweile da hinten aus? Ja, es braucht halt einfach. Es braucht einfach. Wenigstens ist der Tank schon voll. Und, ja. Aber mittlerweile, denke ich, sind wir langsam auf dem richtigen Weg. Es wird dauern, bis die ganze Anlage steht. Ohne Frage. Ähm. Ich hoffe mal, dass die nächste Folge fertig wird. Wir müssen auch bald das Rechenzentrum fertig erforscht haben. Was natürlich nochmal ein bisschen das Spiel ändern anfängt. Erstens, wir kriegen Wartung 3. Und ich glaube, Wartung 3 brauchen wir dann fürs Rechenzentrum. Könnte ich mir jetzt auf jeden Fall vorstellen, dass das sozusagen fürs Rechenzentrum in dem Fall ist. Und wir kriegen den Kühlturm. Kühlwasserkühler. Könnt ihr mir vorstellen, dass das auch für sozusagen, ähm, dieses Rechenzentrum ist. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich habe jetzt gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.